Moin, wir sind Kira, Teresa, Valessia, Svenja und Greta und wir sind vom Schub, dem Social Change Hub. Beim Schub fördern wir nachhaltige, unternehmerische und emotionale Kompetenzen, indem wir verschiedene Veranstaltungen organisieren, wie zum Beispiel das Schubcamp. Das Schubcamp ist ein Coaching-Wochenende für Initiativen und Projekte von Studierenden an der Lafana Universität. Die Studierenden bewerben sich mit den verschiedensten Herausforderungen, vor denen sie aktuell stehen und wir organisieren ganz bedarfsorientierte ExpertInnen und CoachInnen, die bei diesen Themen weiterhelfen können. Wir sind zusammen in einem Landhaus in der Natur und eine große Gruppe dieses Jahr. Insgesamt haben wir sechs Projekte mit dabei, die sich mit Themen wie Wissensmanagement, Zukunftsvision oder Rhetorik auseinandersetzen. Also eine große Bandbreite an Herausforderungen, die hier angegangen werden. Neben den Einzelcoachings hatten wir auch spannende Rahmenprogramme, wie zum Beispiel einen Workshop zur positiven angewandten Psychologie oder von Selbstwirksamkeit zu Weltwirksamkeit und vieles mehr. Neben den ganzen Workshops war aber auch Zeit für Freizeittag. Von Volleyballspielen bis Badengehen bis Saunieren und Ollen und Storch überwachten war alles mit dabei. Für uns als Schub war es ein sehr besonderes Wochenende. Wir haben sehr positives Feedback zu den Coachings bekommen und das Miteinander war sehr authentisch, hilfsbereit und respektvoll, was zu einer sehr schönen Atmosphäre geführt hat. Danke an die Teams, danke für die Zeit. Euer Schub Danke.